Liebe Schwestern und Brüder, preise den Herrn zu aller Zeit, denn er ist gut. So haben wir eben vor dem Evangelium gesungen. Ja, wir haben wirklich Grund, Gott von ganzem Herzen zu danken. Wenn wir uns in diese Stadt zurückversetzen, in das Elisabethjahr 1981, vor 30 Jahren, zur Zeit der DDR, wer hätte geahnt, dass wenige Jahre später Mauer und Stacheldraht an den Grenzen fallen würden. Und wenn wir noch weiter zurückgehen, etwa 70 Jahre bis in das Jahr 1941, zur Zeit des Nationalsozialismus im Großen Krieg, wer hätte voraussagen können, dass das tausendjährige Reich schon vier Jahre später in Schutt und Asche versinken sollte.